Nach der Ankündigung Anfang 2024 verschwand Kate schnell aus der Öffentlichkeit. Und dies könnte zu vielen der unglaublichsten Hypothesen und den unterschiedlichsten Gerüchten geführt haben. Einige vermuteten beispielsweise, dass die Prinzessin von Wales schon lange tot sei und die Videobotschaft viel früher aufgenommen worden sei. Andere vermuteten, dass es sich gar nicht um Kate, sondern um ihr Doppelgänger handelte. Einige sagten, es sei anschaulich und Kate hat uns vor langer Zeit verlassen. Aber nicht alles ist so einfach und offensichtlich. Was haben wir von Fans der königlichen Familie und Ungläubigen gehört? Beispielsweise wurde entweder König Charles, dessen blutiges Porträt so unpassend gezeigt wurde, oder ihr Ehemann William für den vermeintlich möglichen Tod verantwortlich gemacht. Es wurde gemunkelt, dass das Gemälde mit Kates Blut gemalt war, dass ihr Mann sie betrogen und beschlossen hatte, sie aus dem Weg zu räumen. Eine ziemlich schwierige Annahme. Gibt es jemanden unter uns, der das Gleiche denkt? Schreiben Sie, wenn Ihre Position zu diesem Thema interessant ist. Andere wiederum sagten, die Prinzessin liege im Koma und ihr Zustand sei äußerst ernst. Auch die Paparazzi waren wach. Vor der Bekanntgabe ihrer Krankheit, als die Prinzessin von Wales untertauchte, tauchte im Internet ein Foto auf, auf dem William und Kate einen Hofladen in der Nähe von Kensington, wo sie Leben besuchten. Dann erkannten viele die Prinzessin in dem Mädchen nicht und begannen von einem Doppelgänger zu sprechen, der angeblich dazu diente, Spekulationen über Kates Tod zu übertönen. Wieder einmal könnten Gerüchte Wirklichkeit werden. Nach diesem Foto gab es noch ein weiteres. Die Prinzessin saß mit einer dunklen Brille am Steuer eines Autos. Viele erkannten sie auf diesem Foto nicht und nur wenige waren sich einig, dass es immer noch sie war. Es ist erwähnenswert, dass Gerüchte, dass Kate ins Koma gefallen sei, durch ein Familienfoto der Prinzessin mit ihren Kindern am Muttertag angeheizt wurden. Es erschien auf der Website einer der Nachrichtenagenturen und wurde der Öffentlichkeit als aktuell präsentiert. Es zeigt Kate Middleton, umgeben von Kindern, alle lachen. Der Punkt war, dass William selbst das Foto gemacht hat. Und wiederum glaubten viele nicht an die Echtheit dieses Fotos und der dazugehörigen Informationen. Viele freuten sich über die Gesundheit der Prinzessin. Doch das sollte nicht der Fall sein. Aufmerksame Internetnutzer bemerkten Spuren von Photoshop, nicht übereinstimmende Finger an Louis' Hand, Charlottes unnatürliches Handgelenk, Kates kurze Beine, das Fehlen eines Eherings und vieles mehr. Es gab ziemlich viele Unstimmigkeiten. Und das überzeugte den Großteil der Öffentlichkeit nur davon, dass sie etwas vor uns verheimlichten. Die Presse, etwa die Nachrichtenagenturen AP und Reuters, begann schnell, mitteltens Foto wegen Manipulationsverdacht zu entfernen. Die Prinzessin musste eine Erklärung veröffentlichen, in der sie zugab, Photoshop zu verwenden. Der Skandal bestand darin, dass das Königshaus die Boulevardzeitungen vor solchen Nuancen warnen sollte. Die Medien wiederum sind verpflichtet, auf das Vorliegen einer Retusche hinzuweisen. Dies ist eine Regel, an die sich sowohl die Presse als auch Mitglieder der königlichen Familie halten müssen. Auch nach Kates bezauberndem Auftritt bei der Trooping the Color Parade ließen die Gerüchte nicht nach. Einige Fans zweifelten immer noch daran, dass es wirklich Kate war oder dass sie sich einer Chemotherapie unterzog. Sie sieht sehr verdächtig gut aus. Haare und Augenbrauen sind vorhanden. Oder hatte sie vielleicht eine plastische Operation? Wie einige angemerkt haben, ist dies möglicherweise ein Doppelgänger der Rumänen. Was denken Sie? Mich interessiert Ihre Meinung. Das nächste Gerücht über Kates Verschwinden hängt angeblich mit dem schwierigen Charakter von Prinz William zusammen. Der komplexe und herrschsüchtige William könnte angeblich Kates verschiedene Bestrebungen unterdrücken. Während Kates Verschwinden aus der Öffentlichkeit wurde die Version über Williams schwierigen Charakter populär. Der hitzige Prinz konnte seine Hand gegen seine Frau heben, was ihr plötzliches Verschwinden erklärte. Ist das wirklich wahr? Auch hier gehen die Meinungen auseinander. Manche halten das für wahr. Andere können nicht glauben, dass sich hinter der Maske eines liebevollen Ehemanns ein grausamer Tyrann und Manipulator verbergen kann. Die Geschichte kennt viele ähnliche und ähnliche Situationen. Waiti Katie kann auf sich selbst aufpassen. Dies enthüllte der ehemalige Palastmitarbeiter und jetzige königliche Biograf Tom Quinn in seinem Buch Gilded Youth – The Intimate Side of Growing Up in the Royal Family. Ein ganzes Fragment des Buches ist dem Streit der Waliser gewidmet. Und das stößt in der Öffentlichkeit auf großes Interesse. Jeder ist an den tadellosen Ruf der Waliser gewöhnt. Aber hier werden wir darüber informiert, dass möglicherweise nicht alles so ist, wie es scheint. Und diese Erkenntnis ist für fast jeden, der sich für das Leben von Kate und William interessiert, beunruhigend. Es ist davon auszugehen, dass Waiti Katie, Williams explosives Temperament, das Harry in seinen Memoiren als den berühmten wörtlichen Streit, bevor er in den Hunden abfällt, stillschweigend erträgt. Tatsächlich erteilt Kate ihrem Mann keine Erlaubnis und löst nicht alle Momente gegenseitiger Missverständnisse diplomatisch durch eine konstruktive Diskussion des Problems. Was bedeutet es? Höchstwahrscheinlich kann Kate bei Bedarf auch in Maßen hart sein. Wie alle ihre Untertanen können die Waliser einander anschreien und sich sogar gegenseitig mit allem bewerfen, was ihnen in die Finger kommt. Nicht alles ist so süß. Sie haben schreckliche Kämpfe, bei denen die Dinge fliegen. Kate scheint eine sehr ruhige Person zu sein. Und William auch. Aber das ist nicht immer der Fall. Natürlich streiten sich William und Kate, wie alle Paare, privat, schreien sich gegenseitig an und sagen böse Dinge, sagte Quinn in einem Interview mit Fox News. Beide können anfangen zu schreien, doch wie berichtet ist es Kate, die friedlich die Initiative ergreift. Im Vergleich zu William hat sie einen ausgeglicheneren Charakter und behält in jeder Situation die Fassung. Das ist der Wahrheit sehr ähnlich. Aber es fällt vielen schwer zu akzeptieren, dass Kate mit ihrem strahlenden Lächeln und ihrem nahezu tadellosen Ruf beispielsweise ein Tafelservice nach William werfen oder sogar ihre Fäuste einsetzen kann. Abseits ihrer Motive und Fernsehkameras kann sie emotionaler sein, hält aber immer rechtzeitig inne und beginnt, einen produktiven Dialog mit ihrem Mann aufzubauen. Einige Experten bemerken wiederum, Kate ist sehr ruhig und William ist ein wenig aufbrausend. Ein Beispiel dafür sehen wir in Harrys Buch. Aber Kate wird durch ihre Haltung gerettet. Sie beginnt instinktiv, den Konflikt zu glätten und William hört ihr zu, sagte Quinn in einem Interview mit Reportern. Ja, das haben wir schon mehr als einmal gehört. Aber warum wiederholt der Experte den gleichen Gedanken so oft? Werfen wir einen kurzen Blick auf, wer ist Tom Quinn? Bevor wir an fliegende Dinge im Cottage der walisischen Familie im Windsor Park glauben, wollen wir herausfinden, auf wessen Seite im Konflikt zwischen den Brüdern der Autor der Geschichte steht und was über ihn bekannt ist. Er sagte die wenig beneidenswerte Zukunft voraus, die sie in den Vereinigten Staaten für die Kinder von Prinz Harry erwartet, berichtete, dass der krebskranke König Prinz Harry direkt gebeten habe, die Geheimnisse der königlichen Familie nicht mehr preiszugeben und kommentierte die Entscheidung von Meghan und Harry Namen zu nennen ihre Tochter Lilibet mit den Worten »Das ist eine raffinierte Art, sich an Elizabeth ditzerten« zu rächen. Und es ist erwähnenswert, dass dieser Experte die Veröffentlichung des nächsten Buches mit den Memoiren von Prinz Harry vorschlug, die nicht in dem bereits veröffentlichten Buch enthalten waren. Bevor Charles König wurde, schlug er vor, dass Meghan und Prinz Harry nach Großbritannien zurückkehren und nebenberufliche königliche Aufgaben übernehmen könnten. Der Experte hat viel erzählt. Und was ist am Ende wahr geworden? Und übrigens war er es, der der Welt erzählte, dass es beim ersten Streit zwischen Meghan und Kate um einen Diener ging, der sich weigerte, Meghans Anweisungen auszuführen. Mit der Begründung, dass er der Herzogin von Cambridge gedient habe. Meghan schrie ihn an und Kate stand auf. In diesem Moment zerbrach die Beziehung zwischen den Damen. Tom ging davon aus, dass William Angst davor hatte, seinen Bruder zu treffen, weil er sich mehr schämen würde als Harry. Er beriet sich sogar mit einem Assistenten darüber, wie er ein Treffen mit Harry vermeiden könne, damit es in den Augen der Fans und der Öffentlichkeit nicht schlecht aussehe. Aus all den Kommentaren von Tom Quinn kann man schließen, dass er mehr mit den Walisern als mit den Sussexes sympathisiert und dennoch glaube ich immer noch nicht wirklich an die fliegenden Dinger und gegenseitigen Beleidigungen. Oder weiß er mehr als der Rest? Eine andere Expertin, Jenny Bond, spricht überhaupt nicht über fliegende Dinge. Er schweigt lieber. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass sie ihr Bestes geben, wenn ihre Differenzen zu hitzigen Auseinandersetzungen führen. Sie kennen sich so gut, dass sie normalerweise schnell zur Besinnung kommen und insgesamt übt Kate einen großen, beruhigenden Einfluss auf ihn aus. Entscheiden sie also natürlich selbst, ob sie es glauben oder nicht. Ich persönlich glaube daran, aber nicht zu 100%. Aber ich würde gerne verstehen, worüber es einen Streit geben könnte. Wie wir wissen, entstehen die meisten Streitigkeiten in normalen Familien über Finanzen. Worüber können sich Leute streiten, die dieses Problem nicht haben? Das ist ein sehr interessanter Gedanke und eine wichtige Frage. Aber es gibt noch viele andere Fragen, die auch für den Normalbürger durchaus verständlich sind. Zum Beispiel die Wahl einer Bildungseinrichtung für den ältesten Sohn von Prinz George. Prinz William besuchte das Eton College, was einen Verstoß gegen die Regel von Prinz Philip darstellte, dass königliche Kinder an der Gordonstown School in Schottland unterrichtet werden sollten. Pater William möchte, dass George nach Eton geht, wenn er das richtige Alter erreicht. Aber Mama, Kate ist dagegen. An ihrer ersten Schule, Downhouse, einem Mädcheninternat in Berkshire, wurde Kate gemobbt. Kate hasste diese Schule und verließ sie mitten im Schuljahr. Sie setzte jedoch ihr Studium am Marlborough College fort, einer ko-edukativen Schule für Jungen und Mädchen in Wiltshire, wo sie ihren Abschluss machte. Der Gedanke, dass auch George gemobbt wird, bricht ihr das Herz. Mutter möchte, dass ihr Sohn in ihre Fußstapfen tritt und an derselben Bildungseinrichtung, dem Marlborough College in Wiltshire, seinen Abschluss macht. Können Dinge tatsächlich fliegen? Könnte es heftige Streitigkeiten in der Familie geben? Die Freundin von Prinzessin Diana, Simone Simmons, erinnerte sich, wie der junge Prinz hysterisch wurde und sogar seine Mutter irgendwie drängte. Die Stiefmutter des Prinzen, Camilla, war erstaunt über sein Verhalten gegenüber seinem Vater, Prinz Charles. Ihre Kommunikation wurde von Geschrei und sogar dem Zerbrechen von Geschirr begleitet. Doch damals war William noch ein Teenager, die Hormone spielten. Doch schon damals war klar, dass der junge Prinz ein schwieriges Temperament hatte, was sich auf den zukünftigen William auswirkte. Im Jahr 2023 erzählte einer der ehemaligen Palastangestellten Marker, dass Kate von William verbal und emotional misshandelt wurde. Er glaubt, dass dies eindeutig schädlich für die psychische Gesundheit ist. Im selben Jahr verlieh Prinz William seiner Frau den Titel eines Colonel of the Irish Guards, nachdem er selbst Colonel geworden war. Bei der Parade nahm Kate zum ersten Mal am Feuerwerk teil und überreichte Kleezweige. Und plötzlich warf Kate ihrem Mann als Zeichen der Stärke einen kalten und harten Blick zu. Judy James, Expertin für Körpersprache, sagte, Sie steht stramm, während sie William mit einem scheinbar kalten, harten Blick durchbohrt. Der Look zeigt, wie ernst Kate ihre neue Rolle nimmt. Ihre Körpersprache ist hier tadellos und militärisch, nicht königlich. Williams Reaktion auf ihren Blick ist ein sehr verlegenes Lächeln, das Stolz und vielleicht auch ein Gefühl des Respekts für die Frau zeigt, die seine Rolle übernimmt. Bei ihrem Auftritt wirkte Kate äußerst selbstbewusst in ihrer Haltung und Körperhaltung. Sie ging gerade aus, als sie zur Sicherheitskontrolle gerufen wurde. Mittlerweile schien William in seiner Vorgehensweise zurückhaltender zu sein, vielleicht, weil er seine Frau nicht in den Schatten stellen wollte. Ich glaube auf jeden Fall, dass Kate während der Parade ihr Selbstvertrauen auf dem Höhepunkt erreichte. Offensichtlich war William nach seiner Zeit in der Armee an solche Ereignisse gewöhnt, aber Kate nahm ihn offensichtlich ernst. Das ist wahrscheinlich der Fall, aber nach so einem Blick möchte man einfach nur weglaufen und sich verstecken. Obwohl William sich seit seiner Kindheit an solche Blicke der weiblichen Hälfte der Witzors gewöhnt hatte. Er stand ständig unter dem Druck mächtiger Frauen und Kate wurde eine von ihnen. Der Archetyp William Ruler ist ein starker und dominanter Archetyp. Eine Reaktion in Form von Hysterie und Gewalt ist eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, dass eine Frau Druck auf sie ausübt. Was denken Sie? Ihre Sicht auf die Situation ist interessant. Bei der Untersuchung dieses Problems haben wir jedoch einen sehr wichtigen Punkt übersehen. Zuletzt gab es keine offiziellen Informationen über die Behandlung von Kate, Prinzessin von Wales. Doch die Presse schreibt Artikel auf der Grundlage von Insider-Informationen. Einer von ihnen berichtete, dass Catherine die Chemotherapie immer noch fortsetzt und die Behandlung gut verläuft. Und jetzt schreibt die Presse, dass Catherine, selbst wenn sie sich vollständig erholt, viel seltener in der Öffentlichkeit auftreten wird als zuvor. Sie möchte sich auf ihre Familie und ihre Kinder konzentrieren. Und der königliche Experte Robert Jobson sagt, dass die Prinzessin trotz der Umstände einen kühlen Kopf bewahrt. Sie ist sehr ruhig, sagte Jobson. Catherine beabsichtigt, für die traditionellen königlichen Sommerferien nach Balmoral zu fahren. Voraussichtlicher Ankunftstermin in Balmoral ist der 12. August, der Beginn der Jagdsaison für Schneehühner. Möglicherweise verschiebt sich die Ankunft um ein oder zwei Tage. Und Royal Korrespondent José Moreno hofft, dass Kate, Prinzessin von Wales, diese Woche mit Prinz William bei den Olympischen Spielen auftreten kann. Nun, wir werden abwarten und sehen. Wir freuen uns auf Kates Auftritt.